Hallöchen. Ja, ich bin 29 geworden, zum fünften Mal. Es freut mich, die Glückwünsche entgegenzunehmen. Ich möchte mit etwas beginnen, was eigentlich gar nicht so mein Fachgebiet ist, nämlich Erotik. Kurze Vorgeschichte dazu. Ich habe mir jetzt auch nicht ausgesucht, hier anzufangen. Eigentlich ist das immer ein guter Kontrast nach was Niveauvollem, aber naja, versuchen Sie sich darauf einzustellen. Ich kaufe mir in so Warnhofsbuchhandlungen gerne so Bände mit erotischen Geschichten für Frauen. So der Bergdoktor und das liebe Vieh und dergleichen, zu Gründen meiner persönlichen Belustigung. Und dachte dann, ich schreibe mal selber so eine Geschichte. Habe ich dann gemacht und dann dachte ich, das ist jetzt nicht so glaubwürdig, wenn ich das unter meinem Namen veröffentliche. Deswegen habe ich mir ein Pseudonym ausgedacht und es dann an einen Verlag geschickt, der es nun tatsächlich rausgebracht hat. Es ist ein bisschen klein geworden, ein Minibuch. Mein Pseudonym ist Patricia Butterblum und das Buch heißt Mein Herz so feucht. Ich möchte Sie also entführen in die Welt der Erotik für alle Ladies und auch Gays hier im Publikum. Wenn Sie jetzt nicht so in erotischer Stimmung sind, können Sie auch gerne auf die Landschaftsbilder achten. Ich werde nicht das komplette Buch lesen, sondern nur die Highlights und gebe eine kleine Einordnung schon mal, worum geht es. Die Protagonistin Cecilia Sundowner ist mit ihren Freundinnen aus dem Millionärsgartinenclub auf Gran Canaria im Urlaub zum Abschluss der Late Summer Season. Und eigentlich dreht sich das Buch nur darum, dass sie dem spanischen Kellner hinterher schmachtet. So, nun lehnen Sie sich zurück. Genießen es. Ich werde auch meine erotischstmögliche Stimme aufsetzen. Cecilia Sundowner und der stumme spanische Kellner. Er hatte kein Wort gesagt und hatte sie doch nach dem ersten Blick erobert. Noch nie hatte Cecilia Sundowner ihren Espresso nebst Spritzgebäck mit einer solchen Grandezza vorgesetzt bekommen, wie der schöne spanische Kellner sie verströmte. Seine Bewegungen waren so geschmeidig wie ihr Wintermantel aus jungem Fuchspelz. Als sie ihn betrachtete, in diesem kurzen Moment, der ihr erschien wie eine ganze Dekade voll feuriger Abenteuer, entglitten ihr ihre Gedanken wie ein mit zu viel Mandelöl verwöhntes Körperstück. In den Augen des stummen Savierers konnte man sich verlieren, wie seine Unschuld auf einer katholischen Jugendfreizeit, sehr leicht. Es war Cecilias Art, sich in neue Affären zu stürzen, wie Schulkindern eine Wasserrutsche, kopfüber und in freudiger Erwartung von Turbulenzen. Die Front seines Oberkörpers bestand aus definierten Erhebungen und Senkungen, leichten Hügeln und Tälern wie das Mittelgebirge im Thüringer Wald. Hier die Landschaftsbilder. Sein Körper war hart wie das Erwachen nach einer durchfeierten Champagnernacht. Cecilias Atem ging flach wie die sibirische Steppe. Eine derartige Aufregung, einen solchen Reiz des Verbotenen, hatte sie nicht mehr gespürt, seit sie vor Jahren ihre Freundin Blanche im Whirlpool massiert hatte. Zunächst im Spaß. Soviel zu einblicken in die erotische Welt. Nun zu meiner anderen Geschichte. Vielleicht klatschen sie zwischendurch, damit wir hier einen Break... Vielen Dank. Vielen Dank.